hi freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft ich war etwas fleißig nicht hier ich habe hier überall schon mal erden gepackt habe hier das nochmal weg gemacht damit hier ein bisschen rasen wachsen kann hier habe ich schon mal ausgehöhlt habe allerdings keine erdemenge wie dem auch sei was wir heute machen oder was wir jetzt machen möchten was ich machen möchte ist ich würde gerne hier alles vorbereiten für die schmiede vielleicht auch schon anfangen mit der schmiede zu bauen damit wir das haben so wie machen wir den eingang werden einfach hier kommt dann eine wand hin vielleicht auch ein bisschen abstand zu die wand zwei von da zwei von da kommt ein punkt hin das heißt ab hier können wir ausmachen ich würde gerne mit dem ofen arbeiten der boden müsste dann eigentlich nicht aus erde sein ja ja der boden muss ich dann gucken wie wir machen das holz auch nicht also wie ich es mir vorgestellt habe ich das mal eben ungefähr so bis dahin 2x2 2x2 da 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 das und dann geht das da hin vielleicht hier erglischt das dann oder auf jeden fall habe ich mir vorgestellt ich zeig euch das mal eben hier mit so einem Ich wollte gerade sagen, lol So eine Lava Damit man da sieht Oh, es wird da weniger So habe ich mir das eigentlich vorgestellt So, wie war das jetzt genau? Man muss nochmal gucken Ich glaube aber, die Erde muss hier erstmal was weg Überall da, wo wir Das draufstellen Muss die Erde wieder weg Und dann müssen wir was anderes drunter packen Entweder packen wir da Machen wir das Bruchstein drunter Weil ich glaube, von außen würde das am besten aussehen Wenn wir Bruchstein drunter machen Weil Bruchstein ist eher was, was man so nehmen könnte Für eine Schmiede Wenn mal was runterfällt Ein Hammer oder sowas Dann platzt nicht direkt das Beste Vom Besten Sondern es platzt dann etwas Bruchstein weg So, die Lava packen wir glaube ich zum Schluss rein Sonst, äh, ja Sonst, ähm, ja Ähm, ich habe auch noch so einen Kessel Einen Kessel habe ich auch Und ich habe so ein paar Blöcke Hier Hier drauf kommt die Wand Jetzt haben wir uns aber verbaut Jetzt haben wir uns ein bisschen verbaut So, wir bauen das mal Ups, wieder zu So, bauen das weg So, und dann machen wir hier mal eine Rundung Ich weiß nicht, wie weit wir da machen Warum, da weiß ich auch nicht, wie weit wir machen Wir wollen aber auf jeden Fall ein bisschen Platz haben So Also nochmal Ich baue jetzt hier einfach mal irgendwo da Kommt jetzt einfach mal in den Ofen hin Und dann würde ich sagen Wir packen daneben einen Kessel Ne, das ist cooler glaube ich Wenn das ein bisschen länger Läuft So, da der Kessel Weil der Kessel ist so unpassend Kann ich den Ofen auf den Kessel setzen? Okay, das würde Das würde glaube ich ganz geil aussehen Warte mal Da haben wir eine Mauer Eine Mauer sieht nicht so aus, ne Ne, weil dazwischen kann das nicht laufen Okay, dann machen wir das jetzt so So, dann machen wir zu Dann würde ich jetzt gerne hier einfach mal die Lava laufen lassen Ja, ich weiß, die Kessel sieht man nicht deutlich Oder sieht man kaum Bis dahin läuft die Okay Dann würde ich das da hinsetzen Ich habe übrigens auch noch ein paar Eisenerz Eisenerz würde ich gerne hier irgendwie neben stapeln So, daneben machen Damit man auch weiß Okay, da ist noch was Eisenerz Muss noch gemacht werden Oder so Na, das ist zu viel Das sieht doof aus Nach hinten hin brauchen wir auch nicht So, und dann können wir hier noch ein Amboss machen Den habe ich jetzt nicht mit Ne, den habe ich nicht mit Und dann können wir das Ding eigentlich schon mehr oder weniger zumachen, ne Das heißt, wir machen hier erstmal Ups, ich habe noch mehr, ne Ja Hier erstmal so zu Den machen wir so zu Weil hier kommt ja auf jeden Fall auch noch eine Rundung hin Wir brauchen es ja gar nicht riesengroß zu machen Eigentlich reicht das schon vom Innenraum her, ne Wenn da noch ein Amboss hinkommt Sagen wir mal, hier kommt ein Amboss hin Hier irgendwo Hier, sagen wir hier Das heißt, hier nehmen wir noch eine Reihe mal Wenn hier der Amboss steht Dann reicht das eigentlich Aber wo machen wir den Eingang? Hier? Hier, sagen wir mal Okay, dann nehmen wir die Reihe noch weg So, dann machen wir das mal hier voll So Okay, wenn das so ist Dann können wir den übrigens wieder weg machen Den auch Da kommt dann überall wieder Erde rein So So Jetzt müssen wir gucken Wenn wir dann mal Hier kommt der Amboss hin Ja, dann würde ich sagen Die Reihe machen wir noch Ja, nach hinten hier Auf jeden Fall noch Hier darf ja relativ halt im Raum stehen Doch, das ist glaube ich ganz cool So Und hier machen wir schon Hier zu Ich glaube, ich würde hier zu machen, oder? Wenn man überlegt Hier steht dann der Amboss Es ist nachher vielleicht zu knapp Sonst fallen die Villager da rein Ich hoffe einfach nicht, dass die da reinfallen Weiß ja eh Das wäre es ja So 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 Ich glaube, das wäre ganz cool Ich glaube, das wäre wirklich ganz cool So Wir machen das hier wie drüben auch Im Prinzip drei Wir müssen dann mal gucken Wie wir das hinkriegen Dass es dann auch wirklich drei hoch sind Erst machen wir hier noch einen frei Ups Ups Was ist denn jetzt? Wer braucht das denn so schief, bitte? Eins Zwei 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 Vier Fünf Sechs So Mehr habe ich nicht, ne? Ach doch, ich hatte noch ein paar Bemoste Die wollte ich auch nochmal irgendwo zwischenjubeln Ja Tun wir da mal welche zwischen So Die Rückwand ist schon sehr bemost So Zwei 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 Ja Dafür ruhig mal ein bisschen älter aussehen, ja? Das sind die dritte Reihe Eins, zwei, drei, ja? Ja Äh Fünf Stück haben wir noch Eins, zwei, drei, vier, fünf So Und nach innen hingehend Nehmen wir jetzt so Treppen Also solche Stufen Na, Treppen sind's Ähm Oh no Don't fall down Oh nein Ich dachte ich würde es liegen Ich glaube aber Wir müssen bei uns hier noch was bestellen Damit das hier funktioniert, ne? Das ist eigentlich genau falsch, ne? Oder? Ne, es geht Auf Schade So Und jetzt Das ist falsch Äh Das ist falsch Ich vergiss das immer, ne? Unten einsnappen Unten Äh Unten 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 So Das würde glaube ich ganz okay aussehen Jetzt machen wir hier wieder so einen Hilfsblock dran Unten Doch ich glaube das sieht ganz okay aus Das müssen wir so mal weiterführen Das ist zielführend So Hier werden wir noch so einen Hilfsblock dran machen Gut, dass ich jetzt da so viele bemoosten gesetzt habe Ja Weil man die ja immer so toll sieht Nicht Topper Ey Na Oh Nee So So Perfekt Unten 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 Und dann kann ich die jetzt auch von da aussetzen Unten 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 Das geht nicht Ja Ja Das geht schon Ach ja Komm Wir müssen überall mit den Hilfsblöcken arbeiten Oh mein Gott Jetzt fahre ich gerade runter Lava ist sowas gefährliches Ne Vor allen Dingen für uns im Survival ist Lava eben halt echt gefährlich So Jetzt kann ich doch im Prinzip Gibt Wow Wow Achso Das wird jetzt immer schwieriger hier hoch zu kommen Eigentlich ganz cool, glaube ich. Also mir gefällt es zumindest. Jetzt ist nur die Frage. Den brauche ich ja nicht mehr. Davon brauche ich so viele nicht mehr. Da habe ich nur zwei gekriegt von allen. Ja, davon geht jetzt irgendeiner. So. So. Aber nicht alle. So, alle brauche ich ja nicht. Ich muss nur ein paar haben für die jeweiligen... Ja, klar. Und der fliegt jetzt bis nach unten. Wow. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich kriege hier eh nicht alle. Wenn das denn alle waren. Ne, ich habe noch welche. Ja, gut. Wow. Tschüss. Der muss eh weg. So. Hier fehlen allerdings... Hier fehlen Blöcke. Hier fehlen welche. Das heißt, hier muss sowieso nochmal... Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So. Und dann haben wir aber gleich auch schon was Wichtiges... Wichtiges gerade weggemacht. Anscheinend nicht. Und dann muss man außen machen. Uff. Muss ich aufpassen. So. Da kommt einer hin. Ja, ich muss hier irgendwie... Muss ich hier mal hochbauen. Ja, da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Der kommt wieder weg. Ah, nee. Unten. Da. Oh, schade. Ist nicht mein Ernst. Ja. Endlich. So. 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 Richtig. So. So. Wie machen wir jetzt die Mitte? Die könnten wir jetzt mit Ziegeln machen. Mit so Steindinger machen. Ich glaube, das würde auch relativ cool aussehen. Außen zwei normale. So. Und dann können wir mal ein bisschen bunt, kunterbunt mischen. nur so. So. So, die ganzen Hilfsdinger weg. Können wir uns später noch brauchen. Ist jetzt auch mal eine andere Dachform hier vorne, ne? Eigentlich ganz cool. Eigentlich gefällt mir das sogar. Da machen wir zu. Da machen wir da eine fette Eichentür rein. So. Und jetzt ist die Frage, wie wir das machen mit... Glas-technisch vielleicht irgendwas. Äh, ich glaube, klares Glas... Bin ich... Ich habe... Klar... 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 Ich könnte mal provisorisch was reinmachen, aber ich glaube, klares Glas sieht nicht so cool aus. Ich glaube, hier können wir es machen, weil... Das ist relativ klein, Dinger. Aber für da würde ich gerne buntes Glas nehmen. Ich bin mir noch nicht sicher, was für Glas. Eventuell rotes oder orangenes. Was dann die Lava widerspiegelt. Welche ja hier glüht. Ich glaube, das können wir machen. Ich glaube, das machen wir auch. Ja, also das ist so... Eine kleine Schmiede im Prinzip. Vielleicht machen wir hier und da vielleicht... Vielleicht machen wir auch ein Fensterchen noch rein, ha? Da würde ich ja vielleicht auch rausgucken können. Oder reingucken können. Ein Doppelfensterchen. Ich glaube, das sieht relativ hübsch aus. So, was machen wir hier hin? Äh, ein Weg. Ich glaube, Wege machen wir aber alle reicher. Das sieht hier aus wenig aus. Was sieht hier was wenig aus? So. Da noch. So. Hier können wir so einen kleinen Platz machen. So. So, das... Das gefällt mir sogar. Ja, ja, ja. So, das machen wir auf jeden Fall wieder weg. Auf jeden Fall. Hier muss ja auf jeden Fall so... So, das gefällt mir eigentlich. So, jetzt machen wir hier noch zwei hin. Damit wir hier auch einen kleinen Weg haben. Perfekt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Erde über. Dann machen wir das hier noch eben perfekt fertig. Und dann würde ich sagen... Bäm. Haben wir doch eine Menge geschafft heute. So, das Häuschen hinten sieht noch sehr unspektakulär aus. Aber das wird noch werden. Ich danke euch fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir Stück für Stück... Klar, über mehrere Folgen. Aber das Projekt langsam aber sicher dann fertigstellen mit den Villagern. Und dann können die irgendwann auch mal einziehen. Ich meine, wir haben schon viel gebaut. Wir haben vier Wohnhäuser gebaut. Eine Farm gebaut. Also eine Weizenfarm, mehr oder weniger. Und eine Schmiede. Die wird auch noch schön. Und dann sehen wir weiter. Eventuell bauen wir wirklich noch eine Kirche. Oder eine kleine Kapelle. Oder wie auch immer. Man weiß ja nicht. Es gibt ja Geistige. Geistliche. Und... Ja, die müssen ja auch ein Zuhause haben, ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.